Heute habe ich mal einen Trick mitgebracht, und zwar heißt der Trick, da stehende Streichholz. Was hat das damit aus sich? Ein Streichholz steht normalerweise nie so. Es wird immer wieder hinstellen, umfallen und immer wieder umfallen. Was ist der Trick dabei? Ganz einfach, ich mache meinen Finger ein bisschen feucht, mache so einen kleinen Zauberspruch, aber makabre meinetwegen, dann weicht das hier unten ein bisschen auf, und schon kann ich das Streichholz genauso hinstellen.